mein tipp war küste und bereich sichern gekommen ist ja kanal und bombe und damit halt oderseits und willkommen zurück bei rainbow six siege stimmt mit k und b fängt es jeweils an küstenkanal und bombenbereich der bearbeiter ist auch dabei sie hatten pelzkragen aus echten gläs nasen haaren wir müssen eine bombe aufspüren schiessen ja schon fleißig kann auch keine drohne drin sein in dem großraumbüro hier rennt schon jemand rum klopft die fenster am übergang auf erwarten das bildschirke rolle haben sie mal das nähe das war glaube ich smoke ja man die haben beim übergang fleißig aufgemacht also kamera zu unserer seite kaputt, nur nach rechts die ich war nicht mal zu sehen, du wichser, Junge das kannst du so vergessen, Junge na, rechts, Mist gibt mir aber auch gleich einen Kopfschuss in der Bewegung mit seinem kleinen Visier hm wie man die Drohne wieder neu ausrichten muss ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp jetzt ist der auch noch unten bei der Garage raus, der ist echt dreist, der war Smoke in dem Fall ganz schön offensiv, die Kollegen zwei von denen, ja, spielen mindestens zusammen schätze ich oh nein, wir haben einen Temid im eigenen Team oh, einer von denen geht, oh, beide, gut dann sind sie jetzt vielleicht nicht mehr so offensiv auf 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 die Bomben schützen auf 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 Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Eingang präpariert. Lade neues Magazin. Geld aufgemacht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Na, die spawnen da, wo wir zuletzt gespawnt sind. Dock kann das nicht nachmachen. Jackal haben sie auch noch und Nomad. Ich bin nicht mehr so weit. Ach komm, das gibt's nicht, ey. Ist jemand bei dir? Nee. Ich komm vorbei. Oh, da kommt wer da rein, Achtung. Haben, zumindest einen. Oh, hier ist... Treppenhaus-Tür sehe ich gerade. Auf der Treppe oben ist Glass. Stark angeschossen. Oh, das Keller kommt jemand hoch. Okay. Ich glaub, die kommen jetzt zur Küche rein. Leg mich mal hier in den Türrahmen. Da kann ich's wenigstens sehen. Jetzt hab ich beide Türen im Blick. Gut. Ich kann F wieder loslassen. Die sind immer noch ziemlich offensiv. Aggressiv. Jetzt denkt sich einer, ha, wenn die ständig rumrennen, dann stoppe ich die mal. Oder markier die immerhin. War das deine Siegerformel? Ja. 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Okay, Kartenraum wie wir. Die haben auch Störsender, Mann. Und wir sind. Na toll. Der muss zuerst sterben. Keine IQ? Nee, auch kein EMP, Mann. Und Twitch auch nicht. Das, wer ist das? Oh, da macht jemand wieder auf. Ach nee, jetzt dreht er sich genau in dem Moment weg, ey. Jetzt wo gerade jemand am Fenster steht. Ich geh ja weg, ach. Lauf. Naja, lauf dir mal vor. Habe ich mir auch gerade gesagt bei Leon. Eigentlich wegen Gegner bringen uns um und die zuerst dann vielleicht Teamkiller. Hey, ich schätze mich nicht. Geht ihr jetzt schon? Alle Außenkameras kaputt. Na, hier unten, ja. Beim Bootsraum. Ich geh mal beim Großen. Das Raumbüro rein. Oh, komm, Mann. Okay. Ah, Lesion ist hier im Gang bei mir. Was? Gibt der jetzt noch einen Kopfschuss, obwohl ich fast weg bin? Gibt's da nicht. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh Leute, höre ich den. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Jetzt sagt der, der oben auf dem Dach hockt. Es sind nur noch zwei Gegner. Er hat zwei zu viel. Ah, scheiße. Wo siehst du? Letzter verbleibender Gegner. Knappe Minute noch. Die hat schön viele Minen gelegt. 40 Sekunden. Was? Wieder? Ich erscheide mich jedes Mal an. Hologramm oder wie? Ja. 20. 20. 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Oh, kapkan. Wieso habt ihr denn nicht alle entdeckt? Zwei Minen hast du gefunden. Und in der Tür war auch noch einer. Zumindest kam da grünes Zeug hoch. Naja, zwei Jahre. Aber hätte ja sein können, dass das ganze Gift aus deinem Bein gespratzt ist, als es explodiert ist. Ey, wer nimmt denn da Westenmann-Frechheit? Ich habe mich bei den Alibi-Dingern erlassen jedes Mal schockt. Moment, wenn die so offensiv sind, dann nehme ich mal Alibi. Dann schießen die bestimmt ständig auf Hologramme. Ich hoffe, wir sind jetzt nochmal im Kartenraum-Küche. Weil da gibt es schön viele Alibi-Plätze. Beim ersten draufschießen, das hat sich ja gelohnt. Er hat dann direkt angelegt. Die Bomben sichern. Jawoll. Kannst du aufmachen? Ich trau den Leuten nicht. Jetzt haben wir sie auf. Schnauze sie dir auf den Kopf. Ich gucke die Alibi-Dinge aber nicht so früh. Wegen Twitch meinst du? Ja. Ich sorge für Ablenkung. Bei der Baustelle spawnen sie. Ja, schießen hier schon. Twitch. Twitch. Gleis haben sie auch entgegen. Oh nein, ich bin schon geblendet. Gegner mit Kuh vergiftet. Scheiße. Ich habe meine eigene Gumi nicht zerstört. Hapa, Hapa. Kapital haben sie auch. Ah. Ich wechsle das Magazin. Ah, von unten kommt einer. Ah, es klopft wieder mit an der Küche an. Einer beißt. Nein, scheiße. Jetzt sehe ich wieder nichts. Mist. Na, wieso? Ich treffe es nicht. Scheiße. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Hat schöner auf die Hologramme geschossen, aber leider nicht getroffen. Ich habe drei Tote. Ja, was war das denn? Fünf, vier, drei haben mich. Ist das gut? Warte mal. In der ersten Runde waren die brutal offensiv und dann waren sie jeweils weiterhin offensiv. Aber offensiv kann auch gut sein. Die haben uns ganz schön in Schach gehalten und letztendlich gewonnen. Haben sie gut gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. Und tschüss.